verhör blablabla spiegel hier hyperbowl sind auch ein reiner frauenclub wie du bietest gerade einem mann an bei einem rein bei einem reinfrauen club frauenclub mitzumachen ich gucke mir den typen aus allen nicht an sorry ach so warte mal eine sache eine sache muss ich aber zu dem typen aus allen noch mal sagen das ist mir immer wieder finde ich das faszinierend wir haben sprachnachrichten von ihm wir haben sprachnachrichten von ihm die ich natürlich leider nicht veröffentlichen kann sonst werde ich ja wieder angezeigt aber wir haben da sprachnachrichten von ihm wo er sich weigert sich mit uns zu treffen er weigert sich sich mit uns zu treffen wir haben ihm sogar gesagt guck mal wenn du kommst so wie du gekommen bist darfst du auch wieder gehen komm mal ein tisch der den anlad so erzähl was sind deine probleme komm mal ein tisch was sind deine probleme er hat unser ehrenwort gekriegt dass ihm nichts passiert dass er so wie er gekommen ist auch so wieder gehen kann und wenn man sich dann noch mal sieht dann halas dann knallt es halt wenn es knallen muss aber dass ihm auf jeden fall an dem tag dass er nicht angerührt wird er will nicht er will auch kein treffen in ahlen so dass wir dahin fahren und uns dort mit ihm treffen möchte er nicht wir haben sprachnachrichten wo er sagt nee unnötig dies das und er wird weiter wenn wir irgendwas versuchen dass er weiter anzeigen machen wird aber in seinen videos redet er so großspurig er redet so großspurig und auch dieses vor die tür fahren wenn man weiß dass niemand zu hause ist guck mal wenn du dich hättest wirklich treffen wollen du wolltest ja was besprechen und dann sagt doch vorher dass du kommst warum diese angst warum diese angst du fährst bei mir vor die tür aber ist angst dich anzumelden weil du angst hast dass dann da leute sein könnten dass du dann dich nicht als den dicken max präsentieren kannst im internet traurig ja traurig und solche leute haben anhänger solche leute haben anhänger echt sehr schade dass ich die sprachnachrichten nicht veröffentlichen kann wirklich mal gucken vielleicht es werden ja so oft sachen geleakt vielleicht kommen die anderweitig irgendwann mal in zum vorschein ja ich bin ja nicht der einzige der diese sprachnachrichten hat er hat ja nicht direkt mit uns kommuniziert sondern über über ecken ne also er hat eine sprachnachricht an jemanden geschickt der hat sie dann an ein kollegen geschickt und der hat die dann für mich abgespielt dass ich weiß was der will ja das a mbw meinen wir spiegel tv kann sein dass das stream gesperrt wird wegen urheberrecht und so deswegen gucken wir uns mal hyperbole erst dann hyperbole alter krass mann 816.000 abonnenten läuft bei denen 2014 wurde ich im zuge des berliner wettbewerbmordes festgenommen und entschied mich dazu als grundsäure auszusagen heute lebe ich ein normales leben polizeischutz und habe ein buch über alles gespielt hallo kasra hallo wie 10 möchte wissen wie bist du mit den hells angels in kontakt also eigentlich müsste hier stehen fragt ein zinker und nicht frage ein excels angel müsste stehen zinker hallo kasra hallo wie 10 möchte wissen wie bist du mit den hells angels in kontakt gekommen durch einen jugendfreund der war damals bei der legion 81 das ist eine supportergruppe in kiel von den kieler hells angels damals gewesen 2009 2010 und wir kannten uns aus dem rotlicht vom hamburger kiez und reberbahn san pauli und der man kannte nicht weil ich halt ein relativ gutes guten namen also ein standing hatte in der szene und die waren gerade am aufbauen dieser ganzen struktur dieser supporter struktur und der hat mich gefragt ob das spiegeln geht im live stream nicht spiegeln müsste ich dann hinterher beim beim cutten ich lust darauf hätte habe ich eingeladen zu einer veranstaltung man kannte sich schon von früher aber ich hatte nie großartige berührungspunkte mit der szene erst ab dem moment wo man mich eingeladen hat ich war eine szene ich war ja lang bin ja mit 16 ins rotlicht eingestiegen hatte frauen laufen war wirtschaft da hat und habe als türsteller gearbeitet habe hier und da auch mal gewalt angewendet und das spricht sich natürlich rum wenn du ein wehrfähiger typ ist im milieu dann spricht sich das rum und so hatte ich mir meinen namen damals aufgebaut bzw hat sich der name dann entwickelt und ich war bekannt dafür nicht zifferlich zu sein und auch sich durchzusetzen mit gewalt und von daher kam ich dann für solche strukturen und gerade für die szene der rocker beziehungsweise halsangels supporter legion 81 kam ich in frage für die jungs und so bin ich in diese ganze szene reingerutscht madeline interessiert wie sah die aufnahmeprüfung bei den halsangels aus es gibt keine klassische auf das ist so eine klassische das ist so eine klassische dings frage alter ohne scheiße die aufnahmeprüfung mann alter die aufnahmeprüfung da weiß ich noch das war so lustig da war ich noch bei rotgold wir sitzen in der kneipe und kollege und ich auch vom club und dann kommt irgendeinen hafensänger und erzählt irgendeine mädel wo dass er das ja mal dass er angefragt wurde für einen club und dies und jenes und dann erzählt er irgendwie dass er eine aufnahmeprüfung hätte machen müssen irgendwie jemanden die kniescheiben weg weg schießen oder weg knüppeln ich war ich glaube sogar schießen hat er gesagt ey wir saßen echt am nebentisch und haben uns gepisst vor lachen alter und dann sind wir darüber gegangen und haben gesagt hör mal was erzähl mal was wird waren das von club wo wolltest du hin ja bandidos ja ich kenne da leute und so ist auch wir so ach wirklich da kennst du leute und die haben dir gesagt du sollst jemanden die kniescheibe weg schießen und hat er jetzt in der kneipe einfach so rum oder was und dann hat er so gemerkt irgendwas stimmt nicht und dann haben wir den mal da die leviten gelesen was er denn da für eine scheiße erzählt alter und haben den dann da aus der aus der kneipe rausgeworfen so eine so eine flachpfeife alter und genau und von solchen leuten kommen dann noch die fragen alter was ist die aufnahmeprüfung junge 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 das ist wenn der klub sich entschieden hat das entscheiden ja vollmitglieder ob man in frage kommt für die struktur verschafft man sich ein bild im alltag so man sagt dann komm mal vorbei verbring zeit mit uns und wenn er erstmal grundsätzlich vom charakter passt dann sagt man nur das hangaround das ist dann die erste vorstufe fürs member werden und dann die geht drei monate minimum und in der zeit passieren dinge man erlebt den alltag miteinander und damit dann geschaut aber passt zu den leuten ob er den klub zu vertreten kann nach außen wie man sich wünscht ob er in gewisser situation den schwanz einzieht ob aber polizei angst bekommt oder den druck nicht aushält ob er sich durchsetzen kann gegen andere strukturen clans andere gangs und da entscheidet sich dann aber dann zweite stufe erreicht das ist prospekt und so läuft das dann bis zum ende und das bleibt eigentlich bis bis so lange man mitglied ist muss man sich immer beweisen rauch medler fragt kannst du einen normalen tagesablauf eines aktiven hells angels beschreiben weil jetzt bin ich gespannt der tagesablauf eines normalen hells angels jetzt bin ich gespannt was da kommt sich mehr korrein mega entspannter tagesablauf und man steht auf irgendwann zwölf viel spaß beim pumpen steigt in sein großes teures auto fährt erstmal frühstücken bei uns war das immer das la femme im wedding bzw an der punkstraße da isst man dann macht ein paar telefonate guckt was abläuft was passiert ist meistens ist immer sehr actionreiches lebens passiert aber irgendwas irgendwas ist immer los ob es verhaftungen sind razzien auseinandersetzungen oder auch erlebnisse in dem man irgendwelche leute aus irgendwelchen musikszenen kennt oder irgendwo eingeladen wird es passiert immer irgendwas und wenn man das abgecheckt hat dann fährt man ins clubhaus oder ins café wo man trifft mit den jungs man connectet sich und sitzt dann dahin ab geht von einem café ins andere fährt dann in puff oder damals ins atem ist trifft dann da die frau holt geld ab fährt zu den anderen geschäften holt da geld ab läuft man ebenso mit zehn 15.000 euro rum zum beispiel und ja gibt das geld aus lebt sein leben sitzt im clubhaus verbringt zeit mit den jungs bis hin abend dann geht man wieder essen manchmal fährt man ins ausland in skandinavien oder in die türkei wo auch immer und so ist fast jeder tag außer wenn es razzien gibt verhaftungen oder so dann ist natürlich der tag nicht so entspannt aber ansonsten ist das so der klassische alltag okay ich dachte schon erzählt jetzt naja egal ich dachte er macht jetzt ein hollywood film draus m bielal hat sich gefragt wie haben menschen kontaktiert für auf wir haben menschen kontaktiert für aufträge man 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 solch antworten soll ich mal auf die fragen antworten bevor bevor er darauf antwortet überhören sagen irgendeiner kennt wen der wen kennt und er sagt dann guck mal der schuldet mir geld da ist das passiert konnte mir helfen ich würde euch so und so viel dafür davon abgeben ich gebe euch die hälfte davon ab so eine nummer kommt jetzt bestimmt das passiert aus dem alltag heraus man ist ja bekannt im kiez speziell wedding und reinigendorf und die leute die illegale geld verdienen oder unversteuertes geld in dem fall was ja auch illegal ist treten an uns heran zum beispiel jetzt und sagen ich habe pass auf ich habe mit dem stille teilhaber in den dönerladen oder in der diskothek habe da probleme mit meinem partner der möchte mich nicht auszahlen oder zahlt mir zu wenig und beteiligt mich nicht was auch immer ich zahle euch jetzt summe xy sagen wir 50.000 cash klärt das bitte für mich und ich beteilige euch dann daraufhin solange der betrieb läuft zehn prozent an den umsetzen oder 20 prozent so das heißt das sind immer leute aus dem umfeld die einen kennen oder der kennt über kennt ihn er kennt ihn wieder durch dritte vierte fünfte so funktioniert das also es gibt jetzt keine hotline wo man anruft hier helfen euch als angels oder hier können wir euch euer geschäft irgendwie klar machen von daher es passiert immer durch dritte nahes entferntes umfeld das waren streams heute wir machen auch die reaktion zu ende dann mache ich den stream aus das ist auch wie wird mit frauen umgegangen mit welcher frau mit deiner eigenen frau mit einer frau die für dich arbeitet das ist doch kommt doch ganz drauf an so die eigenen frauen werden meistens behandelt wie prinzessinnen ganz einfach die frauen die da arbeiten ist wieder eine andere nummer alter kommt doch immer auch auf die frau selber an das ist so als wenn man das so pauschal sagen könnte von gut bis schlecht das kommt darauf an wie die welche beziehung man mit der frau hat welchen status sie hat also beziehung ob es jetzt eine affäre ist oder die ehefrau und wie doch das verhältnis ist grundsätzlich über jemanden auch das kann man nicht festmachen es wird auf jeden fall keiner geschlagen so habe ich es nicht erlebt das hat man nicht getan sondern wenn hat man sie irgendwie mental irgendwie niedergemacht also man hat sie dann psychisch irgendwie abhängig gemacht beziehungsweise dann auch fertig gemacht indem man ihr keine aufmerksamkeit geschenkt hat sie abhängig gemacht durch die emotionen die man ihr vorgegaukelt hat tadeus auch an dich ich habe zum thema juicy fields schon was gesagt kannst du gerne den stream zurückspulen und ist ja angucken was auch immer das ist schwierig zu sagen auf jeden fall gab es keine körperliche gewalt die habe ich nicht erlebt in unserem charakter das kann natürlich von jedem charter oder mit sicherheit ist unterschiedlich aber in unserem nicht damals berlin city und es kommt auch mal darauf an natürlich auch freundinnen keine ehefrauen sehr selten aber freundinnen die halt auch prostitution nachgehen und die dann auch im verhältnis zu dem thema jeweiligen mitglied stehen da kommt es auch mal darauf an ob es eine ehrliche beziehung ist oder nur eine vorgespielte um die frau halt das geld hier das geld abzunehmen und sie halt zur prostitution zu bringen oder ihr seid irgendwie wirtschaftlich warum kombi gekickt das war doch nicht so schlimm ich habe niemanden gekickt gerade habe ich niemanden gekickt für einen interessant zu machen das kommt immer noch an bleibt der stream online der stream weiß ich nicht ob der online bleibt aber ich werde auf jeden fall video auskopplung von dem stream machen weil wir hatten jetzt verschiedene themen bereiche im stream und die werde ich dann halt so auseinander bröseln damit ihr hier nicht zwei stunden irgendeinen mist gucken muss sondern kurz und knapp einfach immer die themen die abgehandelt worden sind guck mal sehr gute frage sehr gute frage gengis wieso machst du eine reaktion wenn du nicht neutral berichten kannst pass auf sage ich dir neutral berichten ist absoluter müll absoluter müll absoluter müll ich weiß auch nicht wie leute darauf kommen sich eine neutrale reaction angucken zu wollen was ist denn das das doch bullshit wenn sich jemand für eine reaction von mir interessiert dann interessiert er sich doch um auf meine meinung zu dem thema und ich bin keiner von diesen leuten die sagt ich bin neutral oder sonst wie was nein ich bin nicht neutral habe ich nie vorgegeben zu sein ich sag meine meinung zu einem thema so ganz einfach kiste ganz einfach kiste wenn ihr was neutrales sehen wollt dann müsst ihr keine ahnung da müsst ihr euch nachrichten angucken oder so wobei die sind ja auch nicht neutral aber die sollten neutral sein dann müsst ihr euch die neutrale berichterstattung angucken du als neutrale person ja deine meinung die aber nicht parteiisch ist meine meine meinung kann auch parteiisch sein wenn wenn sich leute eine reaction von mir angucken dann wollen die ja wissen wie ich darüber denke und was ich dazu sage die gucken sich das ja nicht an weil ich vorgebe hier neutral zu sein ist doch voll langweilig interessiert was war das schlimmste was wir in der zeit als mitglied erlebt hast also ganz klar der wettbüro mord 2014 in dem ich ja wo ich ja dann zwangsläufig da noch mitgewirkt habe bzw proaktiv sondern dabei war und das war für mich das schlimmste erlebnis man muss sich vorstellen wir sind dorthin an dem abend sollten den jungen sind tajosbeck damals eine ansage machen weil er ja auch proaktiv die konfrontation mit uns gesucht hat in zweifel zwei wenn er dann wieder worte gibt ihn dann ganz plump gesagt in die fresse hauen das war ein geschehen ist was alltäglich war muss man schon dazu sagen aber ihn zu töten war jetzt für mich nicht geplant es gab auch keine keine ansage diesbezüglich wir sind auf jeden fall dahin sind in den laden rein in eine parallelstraße ich glaube die hausalter straße war es das ist auch übrigens das was ja vor gericht gesagt worden ist von ganz vielen die damit verurteilt und mit verknackt worden sind alle haben gesagt ey wir sollten dahin wir sollten ihm eine ansage machen wenn er aufmuckt sollten wir dem auf die fresse hauen die polizei hat daraus aber und das da haben die anwälte alle alle anwälte haben gesagt skandal urteil und 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 dass die so viele leute da für so viele jahre weggesperrt haben ist einfach unglaublich ist einfach unglaublich du gehst dahin und ganz ehrlich so eine sachen die die da gemacht haben in den café mit dem typen sowas passiert ständig sowas passiert ständig jedes mal wenn du so aufmüpfige leute hast ne wo man die dann besuchen geht und den da mal auf den tisch schaut weil die die ganze zeit große klappe haben und dass dann jemand eine knarre zieht und darauf schießt alter das ist halt so eine sache gerne ich wenn ich mir dazu vorstelle das hätte auch mir passieren können und das finde ich das krasse so so ich war auch schon bei solchen sachen mit dabei und wenn ich überlege dass dann da einer geschossen hätte und dafür dann lebenslang in knast zu gehen obwohl man gar nichts gemacht hat man geht dahin und denkt alter im schlimmsten fall knallt das hier gleich haben wir eine schlägerei mit ihm und seinen freunden vielleicht und dann zieht eine knarre oder ein messer sticht rein und dann bist du lebenslang weg also das ist wirklich ein skandal urteil ein absolutes skandal urteil was da in berlin gesprochen worden ist ne absolut der schütze ja der schütze selber gibt dem gibt dem das gibt dem die strafe die ihm zusteht ja aber andere leute die nur mit dabei waren und die mit einem ganz anderen intention dahin gegangen sind auch irgendwie für mord oder beihilfe zum mord oder sonst wie was zu verknacken ist echt eine krass in reinkendorf sind in den laden rein ich habe mir eine kapuze übergezogen sind dann durchgelaufen ein paar jungs waren vor mir und der erste hat dann eine knarre gezogen oder hatte sie schon in der hand ich habe es nicht gesehen hat das magazin auf ihn abgefeuert komplett entleert ich glaube mit acht kugeln und sechs davon haben getroffen alle tödlich und das war für mich das schlimmste erlebnis und für mich war in dem moment auch klar als ich aus dem laden rausgerannt bin das ist das war es also das war es jetzt hier mit der ganzen geschichte nicht nur für mich sondern auch für das charter weil das wird sich da die vor allem die polizei wird hier regellos durchgreifen aus welchen gründen wurde taille ösbeck umgebracht aus rache ganz niederträchtige rache weil er sich nicht dem gefügt hat was der präsident damals heute und das ist meine auffassung das gericht hat es auch so gesehen okay hier sind ja ein paar leute die behaupten ja von sich dass sie auch im club waren ich weiß jetzt nicht ob diese leute auch in einem ein prozenter club waren aber mal hand aufs herz ich glaube jeder der mal in einem ein prozenter club war der kann bestätigen dass ihm das dass ihm dasselbe hätte passieren können du gehst irgendwohin mit einer ganz anderen absicht auf einmal endet die scheiße tödlich und dann gehst du hops sehen das hat sich über mehrere monate hingezogen die eskalation keiner ist ein schritt zurückgegangen das konnte sich kardi padi damals der damalige präsident des berliner charters dem ich anzugehörig war nicht gefallen lassen dementsprechend war dann irgendwann die logische konsequenz aufgrund der ganzen geschehnisse ihn zu töten oder beziehungsweise ihn töten zu lassen lennart möchte wissen warum hast du dich dazu entschieden auszusagen grundsätzlich habe ich mich entschieden auszusagen um die tat aufzuklären beziehungsweise war man die tat so in der öffentlichkeit und nicht nur auch die öffentlichkeit sondern auch die staatsanwaltschaft die die anklage damals vertreten hat so dargestellt hat wie sie halt nicht war sondern es wussten halt nicht alle mich heute eingeschlossen und wenn man halt nichts sagt vor gericht bleibt es halt so im raum stehen dementsprechend war es halt für mich wichtig das klarzustellen dass ich davon nichts wusste und auch ein paar anderen also mindestens die hälfte der beteiligten nichts davon wusste und da war für mich der beweggrund erstmal grundsätzlich zu sagen okay leute so und so ist es so habe ich es erlebt und das war erstmal grundsätzliche beweggrund warum ich mich entschieden habe auszusagen ja wohl safe aber gott sei dank bin ich nie mitgefahren bei solchen ausflügen ja guck agil und das war bei mir damals anders ich war damals 20 und wir waren heiß so wenn wir gehört haben sowas steigt so dann haben wir von von uns aus gefragt ob wir mit dürfen so weil man ist jung man will sich beweisen und überlegt mal alter du bist dann 20 jahre alt und dann fliegt dir so eine scheiße um die ohren und du kriegst erst mal zehn jahre knast oder so kommst mit 30 wieder raus rosen sind rot hat sich gefragt was sagen deine eltern zu der tat und dass du als angel mitglied warst nicht gut alles andere ich glaube kein normales elternteil wünscht sich dass man dass das kind in solche strukturen wächst oder hinein gerät geschweige denn in solchen taten oder solche taten verwickelt ist oder solche taten mit verübt von daher alles andere als gut sondern ich glaube die hätten sich das gewünscht es wäre nie dazu gekommen und ich wäre nie diese struktur eingetreten so war es halt aber nille 9171 hat sich gefragt schämst du dich manchmal für deinen verrat für mich war es kein verrat so gehe ich an die geschichte gar nicht ran das war mein recht in deutschland das steht jedem zu sich zur sache zu äußern wenn man angeklagt ist ich habe das recht wahrgenommen das stand jedem anderen auch zur option und als möglichkeit im raum ich habe sie wahrgenommen was eine aussage alter was eine schwache aussage also ich weiß nicht was der typ gesagt hat ne ich weiß nicht was der typ gesagt hat wenn er wenn er wenn er einfach nur gesagt hat er pass auf so war das nicht es gab nie einen mordauftrag wir sollten einfach nur dem was vor die birne hauen dann hat er kein verraten dann ist das eine aussage die man machen kann dann hat er niemanden gezinkt er hat ja nicht mit dem finger auf jemanden gezeigt und hat gesagt also ich weiß nicht ob er es gemacht hat ne ich sag ja wenn das die aussage war dann war das noch kein zinken zinken tut man erst wenn man mit dem finger auf jemanden zeigt und sagt der hat das und das gemacht ne um sich selber irgendwie die weste rein zu waschen wenn seine aussage nur darin bestand zu sagen aber wie gesagt das weiß ich nicht wenn seine aussage nur darin bestand zu sagen wir hatten nicht die intention den umzubringen das sollte nur das sollte mit ein paar ohrfeigen erledigt sein dann dann ist es okay dann kann ich das vertreten aber jetzt hier zu sagen wir leben in deutschland jeder hat das recht so und so bullshit digger bullshit du bist in dem club in dem club hast du deine eigenen regeln und diese regeln gelten keine anderen regeln gelten da so deswegen erzähl doch nicht das war das wäre dein gutes recht und 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 du weißt ganz genau wie du dich zu verhalten hast wenn du in dem club ist und wie du dich nicht zu verhalten hast also das hier ist echt gerade eine richtig schwache aussage die anderen haben sich entschieden nichts zu sagen oder in teilen was zu sagen und sehr selektiert oder sehr begrenzt es gab ja von und bis und wenn man die denke jetzt ansetzt von wegen war es war es verrat muss man sich ja die frage stellen wo hat der verrat begonnen dann müsste man ja sagen aus meiner perspektive hat der verrat dann da begonnen als man mich in diese tat mit reingezogen hat unwissend und somit billig in kauf genommen hat was kostet ein kundendienst von einer harley du meinst eine ding ist eine inspektion zwischen 350 und 500 euro so dass ich damit für in fahrtwanderung gezogen werde nicht wissend und da würde dann der verrat wenn ich so denken würde oder hat der verrat angefangen so denke ich aber nicht von daher ich bin ausgestiegen ich wollte das noch nicht mehr der junge sei getötet worden das hätte nicht passieren so sollen und dürfen und für mich war das der richtige weg und würde ihn würde mich natürlich nie wieder in seine situation bringen aber nur den schritt immer wieder gehen weil ich nie bereut habe gollum face möchte wissen mit was für konsequenzen müsstest du ohne polizeischutz rechnen es kann von man läuft an mir vorbei von ich schicke jemanden los versuche ihn zu töten oder ihm irgendwas körperlich anzutun das ist da gibt es eine spannung von a bis z von daher kann man das nicht jetzt genau sagen es ist immer liegt an der gegenseite wie damit umgegangen wird und polizeischutz schließt ja nichts aus von daher ja es minimiert die gefahr ein wenig aber trotzdem schließt es grundsätzlich nichts aus aber wenn man das beschreiben sollte wie mit was ich karsten ein prozenter nomad brothers mc karsten kennen wir uns sein profilbild ist leider so klein ich erkenne da gar nichts drauf aber kennen wir uns haben uns auf der party mal getroffen ich rechne mit einem und wieder mit nichts möchte wissen hattet ihr auf kontakt zu als angels im ausland ja hatten wir ganz viel sogar speziell zu den hells angels nomads also dänemark skandinavien wir sind zu denen gefahren die sind zu uns gefahren wir haben viel zeit miteinander verbracht wenn sie hier waren sind wir ins atmos gefahren diesen fkk modell weil es in dänemark halt verboten ist prostitution haben die zeit mit denen verbracht beziehungsweise haben sie begleitet als besucher und feiern mit denen gehabt wir sind bei denen auf der feier gewesen sind mit ihnen unterwegs gewesen wir haben sehr sehr viel zeit mit ihnen verbracht ja david m möchte wissen spielen korrupte polizisten in der szene eine rolle ja auf jeden fall eine wichtige rolle informationen um gewissen dingen vorzugreifen sind ganz ganz wichtig ob es jetzt irgendwelche razzien sind haftbefehle durchsuchungen beschlagnahmungen oder ermittlungen telefonüberwachung das ist ganz ganz wichtig und es gab immer mal hier und da in der unteren hierarchie bei der polizei immer mal leute die man kannte also die jungs kannten aus ihren grundschulzeiten schulzeiten die dann in die polizei gegangen sind die denen hier und da mal was gesteckt haben es gab es das ist dann auch hier und da immer wieder zur anzeige gekommen zu ermittlungsverfahren gegen diese beamten aber das ist natürlich eine wichtige geschichte auch für die polizei selber die ja genauso für v leute v männer informanten aussteiger also es beruht da auf gegenseitigkeit quadratwurst hat sich gefragt hast du während deiner zeit dort auch gebrauch von der schusswaffe gemacht nein nie war auch kein alltägliches geschehen also mit schusswaffen oder muss man dazu auch sagen es gaben kam jetzt nicht oft irgendwie eine schusswaffe zum gebrauch oder wie ein einsatz erben ein messer diese berühmten rocker fox messer oder baseballschläger macheten schusswaffe war eher so der geringere anteil der auseinandersetzung als waffen speckfürst möchte wissen wie viel geld hast du bei den heads angels verdient viel geld auf jeden fall mehr als der autonomalverbraucher oder der autonomalverdiener am tag gesalzener kabeljau möchte wissen hast du drogen konsumiert und verkauft nein nie nie drogen ich bin ein typ der immer sehr wach ist und bin noch viel zu eitel dafür und druck verkaufen erst recht nicht ich hatte keinen bock mit solchen menschen zu tun zu haben mit süchtigen menschen das ist nicht so meine mein milieu gewesen mit dem ich umgehen möchte oder zu tun haben möchte zwangsläufig dann ja durch das geschäft und von daher war das niemals ist noch viel zu anstrengend gewesen verstehe ich gerade nicht den film den er sagt dass wenn du drogen verkaufst du mit drogenabhängigen menschen zu tun hast das ist de facto einfach falsch das ist de facto einfach falsch solange du kein beutelverkäufer bist hast du auch nicht mit drogenabhängigen leuten zu tun ja wenn du da jetzt also wenn er sich selber so klein macht und sich wenn dann nur als beutelverkäufer sieht dann ist das die eine sache aber es gibt genug leute die kilos durch die gegend schieben die nie kontakt zu irgendeinem junkie haben auch viel zu risikoreich man hat dort mit vielen menschen zu tun und es ist immer nur eine frage der zeit dass man da irgendwie für in haft genommen wird oder was auch immer und dass der sich nie eine nase gegönnt hat ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht also die meisten gönnen sich ab und zu mal eine nase gerade wenn besuch da ist oder sonst wie was halt da sonst hältst du das gar nicht da aus dann kommt dann kommt ein anderes charter oder chapter zu besuch und die sind dann die machen da zwei tage party mit dir wenn du nicht wenn du nicht auch was ziehst dann kannst du gar nicht mithalten da fallen dir irgendwann die augen zu alter und du bist weg wie willst du wie willst du deine 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 brüder wie willst du ein guter gastgeber sein und deine brüder beschützen wenn du wenn du die ganze zeit ein pinst das ist von daher hatte ich da keinen bock drauf brian lecron hat sich gefragt war es im gefängnis gefährlich für dich über meine haftumstände also situation kann ich soweit sprechen dass die isolationshaft bedingungen waren also ich war 24 stunden alleine 365 tage im jahr die ganzen fast sieben jahre und grundsätzlich der gift des gefängnis immer gefährlich das ist ein aufwandbecken von schwerstkriminellen kleinkriminellen und von daher ist da die möglichkeit immer irgendwie dass irgendwas passiert zum nachteil immer gegeben und die isolationshaft war natürlich dem geschwillig aufgrund der sicherheit weil die situation halt auch gefährlich im knast ist und man weiß nie wie wo wer tickt oder wer von wem kommt das können ja auch dritte vierte fünfte sein die den bekannten kennen und der sagt mach mal das bitte für uns dann gibt es geld oder was auch immer und von daher war dann für mich dann klar dass ich dann die isolationshaft komme dass es so lange geht hätte ich jetzt nicht gedacht bis zum letzten tag von anfang bis ende aber das war der der situation geschuldet beziehungsweise der gefahr in der ich mich dann auch eventuell hätte gefunden egon möchte wissen hast du noch freunde bei den hells angels niemals von der seite aus niemals und von meiner seite aus niemals walter smiled interessiert wie verarbeitest du das erlebt ich kann ich habe es verarbeitet damals zwar während des gerichtsverfahrens das ja relativ lange war es gegen fünf jahre und in der zeit habe ich viele dinge mit mir selbst verarbeitet mich mit mir selbst auseinandergesetzt und hatte viel zeit auch aufgrund der isolationshaft mit mich mit mir auseinanderzusetzen zwangsläufig und so habe ich verarbeitet und bin über den über das thema jetzt hinweg es ist vorbei ich werde es immer irgendwie in erinnerung haben klar es hat mich auch geprägt und deswegen bin ich auch heute so wie ich bin und bin den ganzen weg dann auch gegangen aber es ist jetzt nicht mein ständiger begleiter man es genau wissen möchte ich habe viel über die geschichte beziehungsweise mal über meine erlebnisse während des gerichtsprozesses dann kurz ein bisschen danach und auch davor die geschehnisse die mich sehr geprägt haben mein buch aufgeschrieben das heißt der perser wenn man sich da ach ja erstmal werbung fürs buch machen ach dass diese ganzen extra auch immer direkt bücher schreiben müssen man 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 wenn auspacken dann richtig ich finde das mit dem buch ja fast noch schlimmer wie seine aussage so ja ja